Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Katz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu lehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschichtsbereit. Wir müssen Ihnen helfen. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Hier können wir durch. Und dann gehen Sie, Herr Sabin, nicht. Sei stark, Hartmann. Doch folg einfach deine Befehle. Bereit gesichert. Was für ein Land Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten gegen einen Krieger, haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl! Schöne! Direkt in vorn! Ziel, beweg dich noch! Die Kreuzerung hat gehalten. Das war's. Die Kreuzer sind erledigt. Wir haben keine Chance gegen uns. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Die Leckung hat was abgekriegt. Die Leckung hat was abgekriegt. Ich hab's gleich. Die Leckung hat was abgekriegt. Weiter auf der Straße. Zerstören wir Ihre Verteidigungen. Sie fliegt! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, ha? Befehl bestätigt. Jawohl! Oberkommando hier Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Das wird erledigt! Da ist die Artillerie! Sie haben hier eine Menge Gegner, Kommandant! Die Gnade ist schrecklich! Ich werde meine Mutter stolz machen! Artillerie! Ich hab's gesagt! Mach ihn jetzt! Zeiglarıß! Das war die letzte Artilleriestellung. Getroffen! Weiter feuern! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, ging da ein Raketenpanzer? Werder, werder! Unsere Panzerung wird schwächer. Fahren Sie uns in Deckung! Wir haben nicht viel Zeit! Nicht gut! Nicht gut! Noch einen Treffer überleben wir nicht! Tun Sie, wofür Sie aufgewickelt wurden! Die einzige Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen! Sofort angreifen und abwehren! Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können Sie nicht abholen! Herz, sehen Sie zu, dass wir die Fahrer in Deckung haben! Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben! Wir nehmen Stefan auseinander! Peter, wenn Sie so weitermachen, haben wir ein Problem! Wir sind weg! Geschafft! Das war der letzte! Wir haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und lagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Herz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Wir können los! Alles klar! Wir können los! Wir haben jetzt Wir sind unterschiedlich. Leider haben Sie mir genau! Los, los, los! Gute Arbeit, aber es ist noch nicht vorbei. Guter Schutz. Hinterhalt! Feuer! Feuer! Kein Durchschlag! Diese Bastards sind verrückt. Glaubt an die Stärke und an Deutschland. Alles erledigt! Feuer! 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 Herr Herz, bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen. Das ist Helm Mord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Ruhe, alle. Zieh den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Der Schuss ist abgeprallt. Der Schuss ist weg. Der Schuss ist weg. Der Schuss ist weg. Er wird geflogen. Der Schuss ist weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie nur gucken. Das Ziel ist erledigt. Kommen Sie irgendwas zwischen uns und die. Vollend, Schwarzer! Gut, Katz. Legen Sie los! Komm schon! Komm schon! Kein Durchschlag! Weitere auf das Zielfeuer! Das sind die anderen Panzer! Jetzt sind wir auf uns gestellt. Katz, wir rücken vor. Fahren wir. Das sind die anderen Panzer. Das ist mein Land. Oh, der war auch! Das war's für heute.